Skurril Großartig Seelentherren Estland Lapland Grönland Eisbrümmend Uschnu Blutswente Liebe Sex Mein Freund ist Dene Eiskalt und herzenswarm Glaub ich 1968 Ich bin irgendwie schon ganz lange begeistert Da ist immer eine schöne Stimmung in der Stadt Ey, was soll ich jetzt sagen? Wieder Schnitt Ne, Matthias Rustband! Füllt mal an der Kikomando! Eins, zwei, drei, Satam! Ich fand ja echt scheiße, dass vermischt auf 3D lief Was wollte ich denn? Die nordischen Filmtage in Lübeck Bin sehr gespannt